Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann immer Sie auch dieses Lernvideo zum Thema Entscheidungen finden in Excel oder auch Wenn-Funktion sehen. Vor Ihnen sehen Sie jetzt eine Excel-Arbeitsmappe und wir sollen heute berechnen, wie hoch sind denn die Kursgebühren, die die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei unserem Kurs zahlen müssen. Hier haben wir in der Spalte F ab der Zeile 3 die Namen der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer gesammelt und in der Spalte G findet man das Alter der einzelnen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Die Kursgebühren sind wie folgt gestaffelt. Personen, die älter als 16 Jahre alt sind, zahlen 100 Euro. Personen, die jünger sind, das heißt bis zu 16 Jahren inklusive 16, zahlen nur 50 Euro. Das heißt, die brauchen eine einfache Entscheidungshilfe. Stellen Sie sich vor, Sie haben mal 7000 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, dann soll das ja ganz, ganz schnell vonstatten gehen. Gut, für diese Entscheidung, für diese Funktion brauchen wir die Wenn-Funktion. Funktion, dazu klicken Sie jetzt einfach, sobald Sie das hier mal abgetippt haben, auf H3, die Zelle H3. Wie jede Funktion in Excel oder in einem Tabellenkalkulationsprogramm starten wir mit dem ist Gleichzeichen. Wenn, wenn, wenn und zunächst brauchen wir mal die Prüfung. Das heißt, wir wollen schauen, wie alt ist der, wenn diese Zelle, also wenn G3 in diesem Fall, größer ist als 16, also wenn er älter als 16 ist, oder sie älter als 16 ist, dann, also Strichpunkt, soll sie 100 Euro zahlen müssen, ansonsten, der Sonstwert, nur 50. Wir schließen das Ganze mit einer Klammer und drücken Enter. Und automatisch kommt hier dann 100 Euro, denn die Anna ist ja auch älter als 16, sie ist 20 Jahre alt. Ich kann jetzt diese Formel auch ganz einfach für die weiteren Zellen anwenden. Dazu brauche ich das nur automatisch ausfüllen. Ich positioniere meinen Cursor in der rechten unteren Ecke der Zelle und ziehe einfach mit gedrückter linken Maus, dass da das Ganze nach unten und schon wird die entsprechende Kursgebühr, dem Alter entsprechend ausgefüllt. Das Tolle ist, das Ganze ist dynamisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich vertippt habe oder ich einen Fehler finde, zum Beispiel hier bei der Verena, wenn ich merke, ah, die ist doch nicht 13, sondern die Verena ist 20 Jahre alt, dann brauche ich hier nur das Alter ändern und automatisch passt sich hier die Kursgebühr an. Ja, so einfach können Sie einfache Entscheidungen in Excel herbeiführen. Ich hoffe, dieses Tutorial hilft Ihnen nun bei der ersten Verwendung von der Wend-Funktion. Vergessen Sie nicht, Obst zu essen.